Sie suchen eine Lackier- oder Spenglerwerkstatt in Raum Wels? Dann sind Sie bei Autolackiererei Hari genau richtig. Als Fachbetrieb für Autolackierungen, Reparaturen von Unfall- oder Hagelschäden bietet Ihnen der Lackiermeister Hari mit seinem Team besten Service. Bei uns sind alle Fahrzeughersteller willkommen. PKW, LKW, auch Motorräder. Vom Fahrzeugabholung, Versicherungsabwicklung bis hin zur Reparatur und Fahrzeugzustellung werden bei uns private und gewerbliche Kunden versorgt. Der Kunde ist bei uns immer mobil. Bei Bedarf wird ein passendes Ersatzfahrzeug aus dem eigenen Fuhrpark zur Verfügung gestellt. Langjährige Erfahrung, Technik im erfolgsten Niveau, bestens ausgebildete Mitarbeiter und modernste Lackier- und Trockenanlage sind Garant dafür, dass Ihr Fahrzeug in guten Händen ist. Wir gehen über die reine Reparatur weit hinaus und erfüllen auch individuelle Kundenwünsche. Egal ob Restauration von Oldtimer, Sonderlackierungen, Belgenlackierungen, Autoaufbereitung oder Tausch von Windschutzheim, Autolackiererei Hari hat die perfekte Lösung für Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Überzeugen Sie sich von unseren Leistungen. Besuchen Sie uns in Bichl bei Wels, Eichmüll 5 oder im Internet unter www.hari-lackierer.at Untertitelung des ZDF für funk, 2017